hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge im pilen galactic survival hier im feld echt schön dass du wieder eingeschaltet hast freut mich ja ich bin schon noch ein bisschen herumgedödelt seit der letzten folge ein bisschen hin und her geflogen und sie suche ich suche immer noch krampfhaft irgendwie ein bisschen prometium habt denn das minerals mineral synth lab hier gefunden kenne ich auch nicht also sehr sehr viele poste ich noch gar nicht kenne das ist natürlich auch schön für mich wort man kann eigentlich auch hochfahren natürlich ist das auch sehr schön für mich aber ich komme nicht rein das ist nicht so das gerne hätte so ja ein lebensenergie ist immer noch nicht der bringer angst ich habe angst ist das auf jeden fall irgend so ein glibber an der wende ich spawne erst mal so 10.000 oder so kann schwere schutztür e6 nichts zugreifen andere fraktion dicke fette schutztür aber hier komme ich rein das sind noch mal so kleiner so kleine aber downpots sind das oder was ist das also die irgendwann mal hier mehr zugefügt und ich habe noch eine schlafen und nacht halte ich der tag duschen haben wir verspritt war nur ein schalter sonst nix was ist hier so auch nix wie kann man nix machen doch da wie komme ich hier nicht rein oh guck mal hier hallo das sind irgendwelche schönen boxen hier wo man klauen kann hallo hallo versteckt hier das sind ja naja vieles ja auch nicht drin ich bin noch höher ja jetzt noch ein bisschen höher hallo feldig ist da was ich meine eine schritte hier schon oder was da können wir wenigstens ein paar mats abkassieren noch naja hallo 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 gefundene fressen fressen werde nicht unterfallen Neun Hm, mein Freund, der ist auch neu Oh, ich hasse sowas, ne? Katze im Ausspiel hier Komm hier runter Nee, hoch Ich bin nicht hoch Kann man nicht drauf, kann man nicht drauf zugreifen Jetzt wieder noch nach oben Hier ist nix Gehen wir wieder runter Hm Na, wo ist denn jetzt hin? Ich habe nicht viel Lebensenergie Da habe ich ein bisschen Ach, ich bin jetzt hinter dem Tor Achso, nee, hier war ja nix Ähm Aber den noch nicht Was ist denn das hier? Ah, T1 Nicht mal ein T2 rückte hier raus, ne? Was? Hey, komm zurück Bleib stehen Er kommt Kommt, er kommt Jetzt kriege ich da gleich ein Headdy Pabio Das ist dann erledigt für dich Hier gehe ich mal runter Spawn bestimmt erst mal so 10 Stück oder so Nimm Achso, das kommt hier ne Lagerweiterung Sehr gut Naja, komm, gleich spawnen hier wieder so 10.000 Generatoren Nochmal Generatoren Noch tiefer Was ist hier? Hallo Irgendwas aufgegangen, oder? Was bin ich hier? Glaube ich, oder? Weil nicht Ist bestimmt ne Falle hier Ne, das war von Ja, ja, das war von eben das Hä? Na gut, dann müssen wir Ne, warte mal hier Ich hab ja was gehört Ach, die Generatoren sind jetzt an Okay Hm, von wegen Meint der Sonne Oh Der meint's aber ernst Sag mal Das Das glaube ich jetzt nicht, ne? Wie oft ich auf den draufgeballert habe Er geht Alles geht durch ihn durch Alles Das ist unglaublich, ne? Boah, da krieg ich ne Da, weil sowas krieg ich ja schon wie ne Krise, ne? Mann, 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 ey Ja, ihr habt mir auch noch gefehlt, ey Lalalala, ich komme Wenn wir durchnehmen, war ich klar Oh Hä, wo ist denn der Eingang? Ganz schön groß das Ding, ne? Ich dachte, das ist nur so eine kleine Hütte oder so Ah Das ist nicht wahr, ne? Also manchmal Ganz schlimm, ne? Manchmal ist es richtig schlimm, sowas, ne? Jetzt kotzt er da rum, ey Mit seinen Fitzelchen an Lebenspunkten, ne? Macht ja einen auf dicke Hose, weißt du? Wenn er einen auf dicke Hose macht, bin ich das immer noch So, wo bin ich denn jetzt hier? Sag mal Wie oft wollt ihr mir noch einen reinhämmern, ey? Wie hartnächtig die Viecher sind, ne? Das war nur dieser eine jetzt War natürlich klar, hat nicht geholfen Ein paar Titanenstäbe und Flammenwerfer Mehr ist hier nicht Dafür so einen Affen hier machen Was ist das denn da? Das sind Container Container-Lagerweiter sind das hier Ja, ansonst Was betreibt denn diese Basis hier schon? Ach, hier ist nur ein Container Guck mal einer an, ja Nett, hallo Ja, noch richtig Loot hier raus Noch ein Container Oh, ist ja fertig, alles findet hier Nett, nett Was ist denn das hier, was ich ja aber Irgendwie Knochenbrauch oder sowas Was, eine offene Fraktur Keine offene Fraktur Ne, leider nicht Ja, wäre schön gewesen Wenn das, das wäre, ja Warte mal, wir können noch Ja, muss mal hier rausmachen Kann das alles hier mal rausmachen Obwohl, Quatsch Ne, das ist das schon Ne, ist gar nicht Was labere ich denn hier Das kann hier alles raus Das kann auch hier raus Position Wenn ich nicht alles Unwillig rein muss Aber dann weiß ich ihn her, wo es ist Können wir das hier auch mit reinschmeißen Mal was hier Ja, so Sortiersimulator Oh, wie hübsch hier Oh, wie hübsch Guck mal Oh, ist das hübsch hier Ah, ist das herrlich So hübsch hier Kann ich das mal klauen hier Crystal straight Stage 3 harvest Was ist das denn Hä Was ist das Das meins hier Wie kann man die jetzt auch setzen Auf, wo geht das hier Das wusste ich auch noch nicht Das wusste ich auch noch nicht In den Kommentaren schreiben, ob das geht Wenn ja, dann geht das auch noch nicht Neuland Ich muss schnell was essen hier. So. Wann kann man das denn pflanzen hier? Ist da was ganz Neues. Ich mach keinen Abflug wieder. Hier ist nix. Oh, oh. 9, 9, 9. Mein Gott, verrechte ich nur von so einem komischen Kram hier? Ist nicht euer Ernst? Oh, gib doch mal einer irgendwas hier, was zum Halen. Hilfe! Aber ich kann doch an mein Ding ran, ne? Ja, ich weiß. Mein Ding und an meinen Bums. Wo ist denn der? Da hinten. Oh, oh, oh. Wenn das mal noch schaffe. Schaffe ich nicht mehr. Ja, ich bin verreckt. Mal wieder. Herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glühstrumpf. Ah, das ist nicht wahr, ey. Da komm ich dann auch wirklich auf die letzten 20 Prozent, komm ich noch auf die Idee doch vielleicht mich doch mal zu halten. An meinem, an meinem Hoover. Mhm. Ah, hervor noch zu, hat's wieder voll drauf, ey. Junge, 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 Junge. Nicht euer Ernst hier. Muss ich da wieder hoch? Jetzt weiß ich nämlich nicht, was da oben war. Ach, das sind keine Kisten, das sind so ne... Das sieht irgendwie bescheuert aus, ne? Aber auch irgendwie sieht's cool aus, finde ich. Ich geh mal nicht auf. Kann man ja auch noch lang, ne? Ach ne, hier war nix mehr, oder? Ne, hier war das noch. Ah, jetzt geht das Tor auf. So. Der Strom muss erst an sein, deswegen ging das nicht auf. Jetzt kommt man hier rein. Kommen wir jetzt hier auch hin? Ne. Dann lässt er dich nicht hin, nicht nicht hin, ne? Und hier ist ja nix, ne? Ne, komm ich ja nicht. Das bringt mir ja auch nix. Da haben wir schon alles gelootet. Da wollen wir auch. Bestimmt, hier ganz oben wollen wir ja. Hier noch irgendwie was? Ne, irgendwie nicht, ne? Hier ist noch was. Oh, ne Salbe, wie toll. Anzugstation. Oh mein, Anzug hat aber auch ganz schön gelitten schon. Ja, und sonst war hier nix mehr, oder? Und das ist... Ah, das ist alles zusammen geworden. Hilfe! So, ne, aber hier ist auch nix mehr. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo was ist. Warte mal mit Rosenthal. Ne, keine Ahnung, mein Lieben. Egal, wir fliegen jetzt mal weiter. Wir brauchen Rohstoffe. Ich muss eigentlich... Ich wollte eigentlich noch gar nicht exploren. Ich wollte eigentlich nur... Noch ein bisschen an Höhe hier. So, wir wollen eigentlich nur Ressourcen suchen, ne? Freizeichen, Fahrzeichen. Oh, alter Turm entdeckt. Das ist noch was zu wissen. Aber die sind Polars, äh, in Thailau-Gebieten. Ne, ja, doch. Ah, schade. Mal sagen wir mal hier lang. Mal gucken, was das ist. Ah, Moment schon. Aber... Lass mich raten. Nicht unser Gebiet. Mal weg hier. Du hässlicher Baum. Oder? Und das hier. Oh, du kleines, blödes Insekten-Ding, du. Lass dich doch weg. Was, ein Golem war das? Lass dich doch weg. Lass dich doch schießen. Ich steck jetzt hier nicht aus. Ah, ein Hässlicher Käfer. Oh, noch mehr von den Viechern. Alter, er springt hier alles weg. Und schon mal bei dem Prometeum. Ist er weg jetzt, der Käfer? Ach, ja. Der ist noch bald noch. Ja. Wiedersehen, LGC. Ah, keine Muni mehr. Ich wollte den Schredder. So. Aber das Prometeum hole ich mir jetzt nicht hier mit, weil... Dann hängen wir gleich wieder da drin, ne? Das will ich nicht. Dann nehme ich mir wirklich die Drohne. Hä, was ist das denn hier? Hä? Was ist das? Hä? Pflanzenfaser. Lol, guck mal hier, voll der Backe, ey. Voll die kleinen Kisten. Oh, ich mach das so jetzt hier raus. Oh, ist das Magazin alle echt jetzt? Was ist das alles hier? Hä? Das war alles? Und das hier? Schon wieder Pflanzenfasern? Ja, lustig aus. Voll die Christmas-Boxen hier. Das war alles? Das hat ja gar nichts. Die Sponsor wieder. Äh, ja. Die haut schon ab. Hä? Die hab ich schon? Ja, bisschen zu spät, ne? Egal. Ja, das war's schon mit dem Prom hier. Wir können mal schnell. Egal. Mal da mit rein. Ich schmeiß mal da mit rein. Geräte. Kleiner Konstruktor. Kleiner Konstruktor. Ne. Dann brauch ich erstmal... Küche hier. Können wir uns davon ein paar machen. Können wir aber anschmeißen das Dingern. Ich hab langsam Hunger hier. Und dann geht das hier gleich weiter. Das muss man uns erst... Das muss man uns erstmal hier machen. Das geht nicht anders. Warum hat der Feldcheck hier noch? Können wir gleich was wieder ausmachen. Da frisst eh noch wieder unnötig Strom. So. Ne? Wie hab ich das gefunden? Ähm. Noch eine und noch eine. Passt genau. Passt genau. Passt genau. So. Schön. Haben wir das auch? Achso. Ich wollte mal gucken, wie viel haben wir denn insgesamt jetzt hier? Noch nicht viel, ne? Ah ja. 24 Promete, 104 Kupfer und 158 Eisen. Was? So wenig, eh? Aber wir haben hier schon mal ein bisschen Sprit wieder gesammelt. Holz. Na geht so. So. Dafür haben wir aber 257 Eisenbahnen, 237 Lithiumbahnen und 216 Kupferbahnen. Hm. Sonst ist hier nicht viel Partei da. Steine haben wir immer noch nicht gefarmt. Müssen wir auch noch mal, bevor wir zur Basis zurück gehen. So. Ein bisschen höher noch hier. Und dann müssen wir mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Wir sind immer noch in Teilunggebiet. Ich glaube, wir müssen mal hier hinten hin. Das heißt, wir müssen da hin. Ja, noch ein Stück. Da hin. Woher da hin. Na. Na. Das Maus hat viele Leute nicht. Mal hier durch den Urwald durch. Ich werde jetzt zu den Holzfeldern umgestiegen. So. Wir haben noch eine andere Ansicht hier. Ja. Mal schauen wir mal. Kann man da nicht voll lang fliegen. Oh. Nein. Crash. Ne doch nicht. So. Mal gucken. Ja. Das ist schon auch ein richtiger Weg. Hier ist jetzt Wasser. Da können wir schon rüber hoppeln. Wegen. Mal gucken. Mal gucken, was sieht hier irgendwie. Jetzt hier. Oh. 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 Ich gehe unter. Nein. Der muss jetzt noch nicht. Oh. Oh. Eine Mini-Gandrone. Hallo. Nein. Keine Muni. Hilfe. Ich muss nach Hause. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Oh. haus der was haus der was was war das denn ja das sind die ganzen neuen fraktionen und leben hier nicht mehr froh so hier muss doch noch prometium sein alles frage zeichen erste ressource ich werde mich jetzt mal hier aus wasser nicht genau ja meine lieben wenn nämlich einer folgen angelangt ich suche mal jetzt so ein bisschen das prometium wenn ich was finde baue ich es ab fahre noch zwar zurück zu unserem berg da dann werde ich da noch ein bisschen steine fahren und dann sehen wir uns denke mal in einer weiteren folge wieder in der basis damit wir da auch mal weitermachen wir haben jetzt hier so lange explort und wir müssen auch mal wieder ein bisschen die basis weiter bauen abwechslung muss sein daumen oben aber wenn ich habe glocken im lauber nicht vergessen und eventuell eine kanalmitgliedschaft für unter ein euro schon im monat mal leben würde ich mich freuen wenn ich noch ein paar mehr mitglieder bekommen würde in dem sinn danke fürs zusehen bis nächstes mal tschüss mitgliedschaft